Hä? Fubuki? Hä? Oh? Yuma? Sie lebt noch. Sie ist jetzt einfach so hier, hä? Nein, nicht Kaffee. Oh, du bist okay. Wie sollst du dir auch gut sein, Yuma? Äh, hä? Was? Anyway, ich bin einfach glücklich, dass du hier leben bist, Fubuki. Ich bin glücklich, dass du auch geboren hast, Yuma. Ich sollte deinen Eltern bedanken. Entschuldigung, wo ist mein Kaffee? Genau, ich komme sofort hin. Ich bin glücklich, Fubuki ist okay, aber ich weiß nicht, wo ich mit ihr anfangen kann. Informationen über die anderen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie keine Informationen über die anderen hat. Es scheint, dass sie eine wirklich großartige Fähigkeit hat, aber was könnte das sein? Ich bin glücklich, dass sie nur die Fähigkeit hat, und ich bin glücklich, dass sie nur die Frauen wie sie attraktiv finden. Ähm, Fubuki? Was machst du hier? Ich bin Fencing-Kaffee. Jeder sagt, es ist lecker. Fencing? Ist das jetzt ihr erster Tag, oder arbeitet sie schon länger hier? Ich habe immer ein Interesse in Wartungsstabeln gehabt. Ich fühle mich, als ob ich mit einem Talent, den ich nie wusste, dass ich hatte. Bist du hier wirklich? Ja, ich bin ein Detektiv-Kaffee. Woher ich eigentlich starte? Siehst du? Das ist warum ich die Luftwaffe liebe. Insofern, wie hast du diese Explosion übergebracht? Das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Huh? Ähm, okay. Was über die anderen Master-Detektiven? Und Chief Yako? Ist jeder okay? Keine Ahnung habe ich noch jemanden sehen, seit der Explosion. Ich habe gedacht, jemand würde passieren, wenn ich auf diesem Café wartet. Aber vielleicht hat jeder sterben. Meine tiefsten Begründungen. Nein, jeder muss noch immer wieder lebend sein. Ich habe mir gedacht, dass ich auf diesem Café wartet, anstatt blinde zu suchen, ist eine gute Beziehung. Hilara hier oft besitzt. Das zu sagen, ich fühlte mich schlecht, einfach zu sitzen. Also habe ich angefangen, zu arbeiten. Und als Ergebnis sind wir zusammen. Die Mission erreicht. Ich verstehe. Ich beginne, die Situation zu verstehen. Aber seitdem ich angefangen habe, hat die Zahl der Kunden ständig aufgerissen. Sind sie wegen ihr hier? Sind sie wegen ihr hier? Ich beginne, mich mental zu vorbereiten, um sich hier zu befinden. Von der Kradel zu dem Graf. Ah, also alle die Kunden hier sind nach Fubuki. Und nur eine einzige von ihnen hat ulterior Motiven. Sag, Yuma. Was bringe sie hier? Hier. Oh ja, die Kamera. Oh ja, die Kamera. Stimmt. Komplett vergessen. Ähm, okay. Der Klassiker. Zehn Stunden später. Und das ist was passiert. Warte, sie ist weg? Yuma? Sorry, dass ich dich warte. Ich muss mehr Kaffee verkaufen. Prokure? Nichts? Ich bekomme es hier nicht? Ich bekomme Kaffee vom Hotelrestaurant. Und bekomme sie es. Was? Aber hier gibt es doch jemanden, dem dieser Laden hier gehört. Passt ja nicht auf. Der Chef. Die Chefin. Keine Ahnung. Kann ja nicht sein. Ich... Ich sehe. Also das ist, warum sie es Fencing nennt. Und das ist verrückt. Also, was machst du hier wieder, Yuma? Wie ich gesagt habe, einige Leute haben mich gefragt, um einen Job zu nehmen. Also ich arbeite jetzt an das. Habt ihr mir zu helfen? Ich brauche euch, die Kunden entfernt vom Kaffee entfernt. Oh? Du benutzt Verlust? Irgendwas anderes. Sehr gut. Lass es mir an. Ich möchte ihr Hilfe für ihre Hilfe. Das ist wirklich eine gute Idee. Ich bedanke mich. Was hat sie jetzt vor? Everyone! Da ist ein Café, gerade über dem Weg, der noch besser Kaffee nutzt. Hier. Seid mich! Ähm... Das ist ein guter Weg, schnell gefeuert zu werden. Das ist ein echt guter Weg, sehr, sehr schnell gefeuert zu werden. Aber okay. Mir kann es ja egal sein. Hey! Das hat tatsächlich funktioniert. Okay. Jetzt ist meine Chance, die Kamera zu setzen. Better gehen wir zum Busstopp. Jetzt ist die beste Zeit, die Kamera zu setzen. Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass da gerade eine Person lang kommen würde. Aber komm mal einfach. Hm? Scheint so, als würde ich den... Achso. Hey, nein. Ja, hier. Oder was? Okay. Ja, geh mal. Du hast hier gar nichts... Ja, okay. So. Puh. Ich sollte es machen. Nur zwei leften. Es ist doch voll auffällig da. Oder nicht? Das sieht man doch sofort. Yuma! Wie ging es denn? Perfekt. Schön. Wir haben zusammen gearbeitet. Ja. Ich bin sicher, dass wir große Partner machen würden. Was? War das ein Freundschaftspartner? Was? Nein. Ich war nur mit dir. Oh, genau. Meine Entschuldigung. Ich habe meine Entschuldigung verloren. Puh. Ich bin fast eine Sprecher-Detektivin geworden. Ha! Der Master hat bereits gezwungen, dass es zu einer anderen sein wird. Ha! Ich bin mir nicht so sicher. Ich bekomme einen Kopfschmerzen. Ich werde dir mit deinem Arbeit helfen, Yuma. Darf sie das überhaupt eigentlich? Ist das nicht geheim, was wir tun? Bist du sicher? Ich bin besser fit für die Sprecher-Detektivin als die Sprecher-Detektivin. Du und ich sind nun Partner. Du kannst auf mich beraten. Ach Leute, ich habe hier irgendwie ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache, dass sie jetzt schon so früh vor dem Mord unsere Partnerin ist. Weil, hm. Danke. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Es scheint, wie Shachi war richtig über dich, Detective. Die dritte Plattform ist im Kamasaki-District. Setz ihn auf der Verkaufsmaschine, nahe dem Hotel. Alles klar. Alles klar. Ich schaue auf dich. Der nächste ist das Kamasaki-District. Ich bin zufrieden von diesen Erinnerungen. Wo können wir noch Schmerzen finden? Vielleicht ist ein Schmerzen in einem Kimono geschlossen. Oder Schmerzen mit ihren Händen geschlossen. Was? Ich habe echt das Gefühl, dass so langsam hier was geschehen muss. Du solltest nicht darüber reden. Es könnte tatsächlich in dieser Stadt passieren. Yuma. Habt ihr mit einer invisiblen Person gesprochen? Huh? Habt sie mich erinnern? Ich habe es gerade gehört. Ein kranker Mensch, das spricht über eine Kamera. Oh, du meinst das? Es ist ein Transceiver. Die Sprache ist mein Klienter. Ich bekomme instruktionen durch sie. Oh, ist das so? Entschuldigung für meine Ignoranz. Das hat mich sicher gefreut. Ich dachte, sie hörte meine Sprache. Ich habe in einer mansion seit ich jung bin. Und weiß nicht mehr über die Weise der Welt. Das ist nicht das, was sie gesagt hat. Äh, naja. Ich meine, ich nehme an, zum Beispiel. Ich habe alles vergessen, aber ich bin immer wieder жив. Oh, ja, oh, ja. Das ist wahr. Ich bin viel besser als die Stadt, die deine Kopf ist, Yuma. Uh, ruhig. R-R-Reight. In dem Fall, ich weiß es jetzt, das ist ein Transceiver. Dein Klienter muss sehr klein sein, um da drin zu sein zu sein. Also sie muss auf jeden Fall eine mega gute Fähigkeit dann haben. Ja, dann sollten wir mal los. Ach Leute, ich will nicht, dass Fubuki stirbt. Sie muss erst ihr Kapitel auf jeden Fall noch überleben und dann vielleicht am Ende. Okay, das wäre doch einigermaßen akzeptabel. Ich habe mich überlegt, ein neues Uniform für die Weltdetektivorganisation. Huh? Das ist plötzlich? Das Barista-Outfit, das ich vorhin hatte, ist ziemlich populär. Ja, ich glaube, sie hatten andere Gründe. Ich glaube, sie hatten andere Gründe. Ich glaube, sie waren nur die Frage. Sie haben es nicht überhaupt geholfen, Creeps! Alles klar. Dann gehen wir weiter hier. Ich habe jetzt extra gewartet, nicht, dass das Gespräch geskippt wird. So, weiter hier im Text. Äh, hier entlang. Und dann hier links. Und dann hier nochmal links. Wo zum Teufel gehe ich hier überhaupt hin? Ich bin doch hier vollkommen falsch, oder nicht? Muss ich nicht ganz woanders hin? Ach so, ich bin hier oben. Ich habe mich gerade echt gefragt, wo ich eigentlich bin. Ähm, ja gut, dann gehen wir mal hier lang. Und jetzt hier sind wir auch gleich schon da. Es war ja neben dem Hotel, hat der gesagt, ne? Hier. Ah ja, hier. Dieser Automat. So. Das ist es für Nummer 3. 3. Und nach 3 ist, ähm... Okay, ich habe den Feed. Huh, die Videoqualität ist schlecht. Kann es sein, die Location, oder die Kabel? Dann warten wir mal ab. Fuguki. Wir müssen auf Standby sein, bis wir weitere Anrufe bekommen. Wir müssen gehen, damit die Krieggeber uns nicht besitzen. Entstanden. Soll ich jetzt hier einshaft warten, oder was? Hier ist ein Ausrufezeichen. Gehen wir mal dorthin. Alles klar, dann gehen wir mal jetzt hier hin. Das Silenz fühlt sich so awkward. Was soll ich darüber sprechen? Ähm, ach, kann ich jetzt die, jetzt alles mögliche befragen? Ich würde gerne was über ihre Familie wissen. Ich habe meine Erinnerung verloren, also verabschiede mich, für mich zu fragen. Das ist schon ziemlich berühmt. Das ist ziemlich berühmt. Haben sie einen Zaitbatsu oder was? Oder sind deine Familie alle Politiker? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, die heißen ja auch Clockford, ne? Deine Familie klingt wie ein besseres Deal, als ich dachte. Also, werdet ihr eure Familie in Zukunft übernehmen? Ich kann nicht sicher sagen. Aber ich habe etwas gefunden, nach Hause zu verlassen. Es ist viel Spaß, um die ganze Welt zu verlassen, als zu verlassen, in einem Haus zu sitzen. Das ist, warum ich denke, dass ich ein Sprecher-Detektor sein werde, für den Zeitpunkt. Ich mag Regen. Der Regen ist einfach nicht zu stoppen, hm? Yuma, magst du nicht den Regen? Ich mag Regen. Ich habe es nicht wirklich gedacht, aber ich glaube, dass ich es nicht sehr mag. Ich liebe den Regen. Nach dem Haus, habe ich nie den Ozean gesehen. Regen war das Einzige, was mir gedacht hat, was es wie möglich sein könnte. Wenn so viel Wasser fallen könnte, dann muss es ein Ort, wo es alles akkumuliert wird. Hast du einen Ozean von nur dem Regen? Du hast eine wilde Imaginung als Kind gehabt. Ihre einzige Gabe. Aber trotzdem, ich habe noch nie den richtigen Ozean gesehen. Ich will es ja auch noch einen dieser Tage sehen. Der Ozean, über den Wolken. Äh, okay. Huh? Über den Wolken? Hm? Wird auf jeden Fall Sinn machen. Wird auf jeden Fall Sinn machen. Oh, es ist der Ozean. Right. Ich glaube, du kannst sicher nicht sagen, ob es über den Wolken ist, bis du es für dich selbst sehen kannst. Also, hier in der Stadt könnte das fast wirklich schon sein, wenn es hier wirklich permanent regnet. Irgendwas stimmt hier nämlich wirklich überhaupt nicht, wenn es um den Regen geht. Fubuki, was machte du ein Detektiv? Well, ich bin schuldig, zu sagen, aber es waren meine Eltern die Instruktionen. Ich war nicht selbst selbstverständlich, was die Detektivs tun. Meine Eltern wünschten mir, dass ich eine Weltkunde gewinnen. Sie praktisch machte mich aus. Ich bin bald in der Weltkunde, aber auch dann, ich war einfach so, was meine Eltern sagte mir zu machen. Und du kannst du ein Mäster Detektiv werden? Nach dem Training und Anzeichen? Ja, bevor ich es wusste, hatte ich mein Detektiv. Bevor du es wusste? War es das einfach für dich? War es nicht schwer? Ich... nicht weiß. Es hat so viel auf meinem Kopf, seit ich zu Hause bin, dass ich nicht viel Zeit für mich zu beschäftigen. Die Außenwelt ist komplett neu für mich. Alles ist schmerz und schmerz. Ich wollte mehr über dieses neue Welt lernen. Also habe ich entschieden, einen Sprecher zu werden. Also ist das, warum du dich immer so nennen? Ja, es ist nichts mehr aufregend, als zu erforschen einen Unwissen. Aber ich will nicht, dass ich mich als Detektiv verletzt bin. Findet die Wahrheit in unverstanden ist ähnlich wie ein Sprecher. Ich verstehe ein Geheimnis, das niemand mehr weiß. Das ist etwas, was die Aventurern und die Detektivs tun. Ich verstehe. Die curiosität über das Unbekannte ist das, was dich betrifft. Ah, vielleicht ist das es. Für die erste Mal, ich fühle mich, dass ich endlich verstehe mich. Yuma, du bist ein großartiger Detektiv. Sehr hilfreiches Gespräch. Oh, da... Was jetzt? Okay. Okay. Der letzte Standort. Ah, da können wir nochmal hin zurück. Alles klar. Ich bin in der Schule. Und es sollte nicht so viele Leute sein, die an dieser Stunde sind. Es sollte einfach so leicht sein. Yuma, sie sagen, Zeit ist Licht. Also wir müssen schnell und streiten. Ähm, ich denke, du meinst Geld, nicht Licht. Was? Dann gehen wir mal los. Wir können ja hier auch wieder ganz einfach den Bus nehmen. Also hier ist ja direkt der Bus. Hatte ich jetzt auch eigentlich vor. Gut. Ähm, dort oben rechts natürlich. Deswegen machen wir mal so. Das ist schon mal so. Ich glaube, es soll nicht. Bis zum nächsten Mal. Wie geht's. Ich glaube, es soll.